So, hallo, herzlich willkommen zu meinem Wohnzimmerkonzert. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Heute ist mein fünftes Konzert und ich freue mich immer über euer Feedback. Zum Beispiel, wenn ich zwei, drei Stücke spiele, jeder hat ein anderes Lieblingsstück. Und das ist sehr, sehr interessant für mich zu hören, wie unterschiedlich die Musik wahrgenommen wird. Und ich freue mich auch, dass durch die Musik eine neue Kommunikation entsteht. Ja, also momentan, obwohl momentan keine Konzerte stattfinden können, das ist doch auf diese Weise möglich. Ja, und heute spiele ich Humoresuke von Robert Schumann. Jedes Mal beim Vorspielen erlebe ich die Musik auch anders. Und ich bin sehr gespannt, welchen Eindruck es bei euch hinterlässt. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier ist. Und ich habe dann auch eine gute Arbeit und eine gute Arbeit gemacht. Und ich habe auch eine gute Arbeit bekommen. Ich finde ich, dass ich mich sehr gut ist. Das war, das war, dass ich mal ein bisschen interessant war. Das war ein bisschen spannend. Das war eine gute Arbeit. Ich habe mich noch, dass ich das nicht so gut war. Das war wirklich, wenn ich mich sehr gut gemacht habe. Das war natürlich auch, dass ich mich sehr gut gemacht habe. Aber ich habe auch verschiedene Pfeifen, die ich mit dem Video-Raum werde, und ich habe mich sehr sehr interessiert. Und auch andere Sachen, die mit dem Video-Raum werden, die ich mit dem Video-Raum werde, und ich habe verschiedene Fische-Raum gemacht, Das ist eine große Konsequen. Heute ist eine deutsche Kölner-Schumann-Kommereske. Heute ist die Kölner-Schumann-Kommereske. Ich möchte die Kölner-Schumann-Kommereske. Ich möchte die Kölner-Schumann-Kommereske. Heute ist es ein sehr guter Warteske. So, ich möchte euch ein bisschen über die Humoresuke von Schumann erzählen, welche ich heute spielen werde. Der Titel Humoresuke, das kommt natürlich vom Wort Humor, aber der musikalische Humor hier bedeutet nicht vordergründige Komik, sondern es bezieht sich auf Schumanns Verständnis von Humor, das wiederum durch Jean Pauls Werk Vorschule der Ästhetik geprägt wurde. Humor ist hier eine glückliche Verschmelzung von tiefer Empfindsamkeit, damals genannt Gemütlichkeit, und scharfsinnigem ironischem Witz. Und diese zwei Komponenten, also Sensibilität und Witz und deren Wechselspiel sind im Allgemeinen charakteristisch für Schumanns Werke. In diesem Werk gibt es verschiedene Abteilungen, die ineinander übergehen, aber es wird ohne Pause gespielt. Und das ganze Stück dauert ungefähr 30 Minuten. Das ist wie eine Fantasie oder fantastische Gebilde, wo man sich den verschiedenen Stimmungen und einführend, träumend überlässt. Nachdem Schumann dieses Werk hier in Wien abgeschlossen hat, hat er das in seinem Brief an Klella Wieck so beschrieben. Die ganze Woche saß ich am Klavier und komponierte und schrieb und lachte und weinte durcheinander. Dies findest du nun alles schön abgemalt in meinem Opus 20, großen Humoreske, die auch schon gestochen wird. Sie, so schnell geht es jetzt bei mir. Erfunden, aufgeschrieben und gedruckt. Ich sage es jetzt bei diesem Moment, wie die Schumanns Werke in den Wiener singe. Ja, das ist die Schumann im Wiener Läggen beim Zuhmann. Ich denke, dass du hier einmal an wirst, was ich in Wiener den Wiener Läggen möchte. Das ist ein막zentiges Schumann vom Läggen. Ich will überläggere Duitzkä und es allerdingsuevakuiert. Das heißt, es ist ein o Rankwo-Eckermann im Wiener Läggen. Ich denke, dass das eigentlichein Wiener Läggen im Wiener Läggen würde. Das ist eine Art von Schumann-Geräusch. und das Buchstuhl-Kerchen hat sich in der Karte gegründet. Schuhmann ist da so viel zu erfreit. Schuhmann ist hier der Eugorische Garten, und die Karte mit einem Karte mit einem Wittes-Karte. Das ist ein Wittes-Karte, und das ist ein Wittes-Karte. Das ist ein Wittes-Karte, und das ist ein Wittes-Karte. Das ist ein Wittes-Karte, und das ist ein Wittes-Karte. Menschen sind sehr auf sehr, sehr, sehr energie entwickelt und fühlteilen die macht ihren Life-Greis. Wir haben wirklich genannt, wie schon so wird. Dies ist alles, dass wir acht, 7-1er-3er-3er-3er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9,00er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er-9er. この曲は 私が今言えるWiiで 完成されたんですけど その完成された後に シューマンの後の 後の婚約者となる クララにあてた 手紙があります それを最後に ご紹介させていただきたいと思います この1週間の間 私はピアノの前に座り 作曲して 書いて Und ich sehe, und er hat mich wieder gegenseit gefühlt. Du hast meine Säule und ich bin nur derne Umar-Lewer-Ske, sondern in Köhlen-Lewer-Lewer-Ske am besten. Das war's ved. Ich bin der Grund, von tremendo Er-Lewer-Ske. Du hast du Spaß. Amen. 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 Eindruck könnt ihr auch unten im Kommentar hinterlassen. Und wenn das Konzert euch gut gefallen hat, bitte vergisst nicht meinen Kanal zu abonnieren, das würde mich sehr freuen. So, wie war es euch? Welche Erinnerungen habt ihr euch? Also, dann bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Kommentare. Ich habe schon gelesen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann bis bald. Arigato gozaimashita. Dann bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao Ade kurz. Bis bald.